so meine lieben freunde halli hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play gothic 2 die nacht des rabben ja genau aktuell sind wir ja hier soweit fertig das bedeutet ich müsste eigentlich nur noch den endlich aufbauungsmiental habe ich vor werden wir auch tun du sollst mich zum pass begleiten gut dann werde ich das tun ich kenne den weg also folge mir gut sergio diesen part haben wir vor einfach uns mal schlau zu hören ja das zweite kapitel ist ja im miental das bedeutet ja was bedeutet das das ist gut das bedeutet dass wir durchaus gucken müssen weil die direkten wege miental sollen ja von monstern wimmeln wir sind ja gut gerüstet aber normal ist das nicht und jo gut wir haben alle händler abgeklappert wir haben geguckt was wir holen können jetzt müssen wir eigentlich nur noch den sergio folgen und dann wissen wir eigentlich auch schon bescheid ich will mal was gucken ich musste das spiel im fenster modus starten das bringt alles nix ja weil es einfach sehr nervig ist dafür halt hier im marvin modus ist auch nicht so geil ja keine ahnung warum aus irgendeinem grund hat ob es jetzt die vollbildaufnahme von gothic 2 verweigert obwohl ich die einstellung nicht geändert habe das bedeutet sobald ich gothic 2 starte wird die zweite anzeige nicht mehr erkannt du nimmst also den direkten weg ok ja er hat uns jetzt den weg frei geboxt und werden die erfahrung davon abkassiert man sieht als magier ist man ganz gut ich sehe das natürlich jetzt hier gerade ziemlich dunkel naja da kann ja nicht wissen dass wir schon alles frei geächtet haben und da hinten brennt ein feuer naja mal gucken vielleicht muss ich das mit dem modpack starten warum gehst du denn nicht über die brücke oder habe ich noch eine halbpflanze übersehen wir sind da was auch immer dich im minental erwarten wird ich hoffe du findest den weg das hoffe ich genauso naja dankeschön so hier ist nix erst mal hier ist soweit auch nix hier ist ein feuer wir wollen uns da die robe nicht so wirklich verbrennen jo wir haben alles wir könnten jetzt ins minental gehen ja bist du sicher dass du da rein willst ich befürchte du wirst nicht sehr weit kommen die orks stehen auf der anderen seite wenn es einen weg ins minental gibt werde ich ihn finden gut dann geh geh mit inos wie ist die lage alles ruhig wir haben die situation im griff gut die halten uns nicht auf die sollen ja nur dafür sorgen dass hier nix voraus kommt dann machen wir auch die tür wieder zu nein und dann wollen wir mal ins minental gehen hier gibt es auch leute die uns gewiss waren und wir haben bestimmt schon gesagt bekommen habe ich nur den feuerpfeil feuerball wäre mir lieber davon haben wir noch 17 ja das sind junge wölfe also wie man sieht der normale weg ist für uns natürlich jetzt wir sind jetzt für den normalen weg ein bisschen overpowered liegt einzig und allein daran dass wir wie gesagt normalerweise viel schwächer hier entlang sollen hier gibt es so einen gang durch die mine wurde zu uns gesagt also wir sollen nicht den direkten weg nehmen das bedeutet wir können hier lang gehen wir können uns aber auch hier mit den orks anlegen ich würde gerne mal mit den orks würde ich gerne so viele mitnehmen wie es geht aber ihr werdet schon gleich sehen dass ich gut daran ach kommt schon dass ich gut daran gelegen habe das nicht zu tun ich meine ein einzelner ork kriege ist kein problem na komm aber ihr werdet schon gleich sehen das sieht ganz anders aus deswegen hätte ich ganz gerne die glaube die jahr ist weil die macht nämlich noch richtig guten extra schaden so nach jedem ort speichern das könnte nämlich der letzte sein ich glaube nämlich wenn ich mich nicht irre ist genau dahinter feuerwurzel erstmal nicht ja unten wegen dem fenster modus ist unten das tings kommt ein bisschen gebackt aber mit shadowplay will ich es nicht aufnehmen weil erstens kann ich in shadowplay ist das bild so dunkel wie ich das gerade sehe und hier kann ich es mit obs heller machen naja vielleicht kann ich das fenster in obs noch mal größer machen genau das war nämlich das was ich vermeiden wollte dass alle auf einmal kommen genau das sieht noch mal aus mich hier schon ganz anders aus, wenn zwei auf immer kommen. Bei den Schamanen sieht das noch schlimmer aus. Ja, komm. So, die zwei konnten wir ergattern. Ihr seht, das sieht wirklich brutal aus hier. Ähm, bäm, 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 bäm. Auf der 9. Leichte Wunden heilen. Dann esse ich noch ein paar Blauflieder. Und hier diesen Gürtel an. Was haben wir hier? Schutz vor Waffen. Schutz vor Magiefeuer fallen Waffen. Drei, drei. Haben wir noch irgendwas Besseres? Schutz vor Waffen fünf. Ne, das behalte ich mal so. Ist eigentlich ganz gut. Und so. Immer schön speichern. Zwei kommen. Oha. Vier wollte ich jetzt eigentlich nicht. Drei sind wir auch noch zu viel. Ja. isto. Genau. 1. 2. Ah. 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 Ja, wie ihr seht. Die haben hier eine Ultra-Appro-Range. Ja, das kann man so vergessen. Ähm, wie mache ich das? Ich würde natürlich schon gerne versuchen, so viele wie möglich zu klatschen. Was ist eigentlich dieses Wurzel-Gedönsor? Wurzelschlingen. Na, ist nur einer? Das ist gut. Ah, der Schamane ist natürlich brutal, ne? Zum Glück bleibt er da stehen. Ja, das ist überhaupt nicht zu tun. Ich höre dich, was wir hier nicht zu tun. Ja, wenn du einmal in der Schamane ist, wohnen wir in die Schamane-Linke. Ah, der Schamane ist das zu schamane. Das muss das mit dem Schamane-Linke, wie ich jetzt nicht so gut. Wenn das so schamane und zu schmutzig ist, dann ist das mit den Schamane-Linke. Ich bin' das so gut, also. Ich bin schämtes. Ich bin' da, ich bin aber noch für mich. Ich bin da. Das ist. Ich bin da. So, mit jedem Org schön speichern. Ich probiere das nämlich hier immer ganz gerne aus. Wie viel Stärke haben wir jetzt eigentlich? 93. 130, 85. Ah, wir könnten gucken, ob wir uns mal langsam ein neues Schwert zulegen können. Er kommt her. Er kommt her. Nee, das kannst du so vergessen. Wenn drei auf einmal gleich kommen, also das Spiel zeigt dir schon, hier geht's nicht durch. Ich versuch's trotzdem weiter, weil das klappt eigentlich ganz gut. Das war sehr nice. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Was ist das? Na komm her, Jamana, wo hast du? Ja, der Schamane gibt natürlich mehr. Hat mir jetzt einen Trank für Mana gegeben, das ist ganz gut. Wie viele Mana haben wir? 51. Brauche ich aber noch nicht. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus, wir dezimieren die Zahl der Orks schon extrem. Das gefällt mir ganz gut. Na, wenn ich mich hier hinstelle, mal gucken, wie viele kommen. Ne, das waren so, yo, gleich vier oder was, wie viele denn noch? Ne, das kannst du so vergessen. Hm, lasst mich mal ganz kurz überlegen, wie man das machen kann, ohne gleich alle. Ich weiß nicht, was man da ist. Alter, wenn die nicht so sch- Wenn die das anpeilen Wenn du sich auf einen konzentrieren könntest Wäre das überhaupt gar kein Problem Dem anderen einfach ausweichen Aber der macht diesen Autofokus immer automatisch Zum nächsten Feind Guck, jetzt versier ich schon wieder den anderen Guck, jetzt versier ich schon wieder Och, das ist doch gemein Den einen hatte ich doch schon Dann mach ich das anders Den einen trigger ich Einfach nur triggern Mehr nicht Lass ihn ruhig kommen Ein bisschen weiter nach hinten Schön, dass das so viel gebracht hat Nee, mit halber Energie Hierher brauchst du da nicht Aber der Start schon scheiße Ja, ich bin Bevor ich mich hier nochmal irgendwie verspeichere Wurzelschlingen ist, sorry, der war totaler Mist 50 Mann hat es gefressen, es hat nichts gebracht Eiswelle wäre natürlich geil, Eisblock ist auch ganz gut Da könnten wir den einen einfrieren Aber es muss auch anders gehen Ist möglich, immer die drei Ah, der eine ist noch da, okay Der eine kommt her, das ist super Was ist das? So, jetzt will ich noch ein paar Blauflieder essen. Ah, super. Ah, super. So, vielleicht kann ich den da oben. Ja, jetzt kommt der her. Das ist ganz gut. Na komm. Oh, da waren ja auch noch welche. Oh, da waren ja auch noch welche. Oh, da waren ja auch welche. Oh, wenn der Schamane nicht da wäre, dann hätte ich sogar ein bisschen Hoffnung. Aber dieser fucking Schamane, der geht einem so auf den Sack. Ich hab da echt nicht mit gerechnet, dass da noch zwei Knillchen liegen, ey. Oh, da waren ja auch welche. Na komm ja auch. Oh, da waren ja auch mal. Oh, da waren ja auch welche. Aber wir haben schon bald wieder ein Level ab. Da sind wir in Stufe 24. Ich will erstmal so viele Goppel-Org-Krieger wie nötig wie möglich platt machen. Dann kann ich nämlich gleich um die Ecke rennen und den Schamanen eine ömmeln. Nichts zu plündern. Gut. Lauflieder, bis mein Mana wieder voll ist, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, ob ich dem mal was anderes reinpfeife. Ein Brot, ein Käse. Ein bisschen Fisch. Kräftiges Stück Fleisch. Oh, nochmal ein paar Bierchen. So, das war sehr gut. Wenn ich das hier durchschaffe, ohne zu cheaten. Also ich cheate ja nicht, aktuell. Ja, was hast du denn dazu? Ich habe euren Schamania plattgeölt. Aquamarine. Ja, die werden sofort aggressiv. Der eine bleibt da hinten hängen, das ist okay. Nee, der eine hat einfach zu viel. Ich kriege zu viel Damage von einem Einzelnen. Also ich kann safe hier rüber rennen und kann den abümmeln. Lag hier nicht noch ein Aquamarine. Gut, der war nah genug, um selbst ein Aquamarine zu haben. Super. Super. Super, duper. Ja, schwere Ork-Achsen machen natürlich auch viel mehr Damage als so eine leichte oder eine mittlere. Ähm... Nee, da nehme ich mal eine leichte Wunden heilen. Boah, ganz schön anstrengend. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mich in dem Spiel nochmal so anstrenge. Buh, ganz schön anstrenge. Ja, das ist gut. So z público... Naja, der will da hoch, aber kann nicht. Finde ich ganz gut, wenn der Schamane so ein bisschen außer Gefecht ist. So, jetzt noch ein, zwei Blauflieder. Dann kann ich nämlich den anderen auch gleich Akko ziehen. Und der Schamane kann da seinen Spagat weiterhin machen. Und der Schamane kann da sein. Und der Schamane kann da sein. Das ist natürlich jetzt doof. So, bevor der uns jetzt mit seinen Feuerbällen plattömmelt. Dann trinke ich jetzt mal ein Mana-Elixier. Na, da triffst du mich nicht. Das war auch der letzte. Na, komm her. Na, komm her. Na, komm her. Jo, was haben wir denn hier alles? Hier liegt doch bestimmt irgendwo noch was Interessantes rum. Für die Verrückten, die den Weg gemacht, die sich entrank. Eine Feuerwurzel. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier lang gehen würden, kommt das Minental. Wir können uns natürlich auch ganz einfach machen, für die ganz Faulen unter euch. Wir könnten natürlich auch ohne Probleme hier, na, wie heißt es, uns in ein Monster verwandeln. Die greifen nämlich die Monster nicht an und könnten dann hier durchrennen. Hier ist Level-Level-Level-Change. Also, unterwegs werden wir vielleicht noch den ein oder anderen treffen, deswegen würde ich ganz gerne Piratenrüstung. 50, 50, ist mir eigentlich ganz gut mit der Ring-des-Wassers-Rüstung hier rumzulaufen. Dann können wir nämlich auch hier lang laufen. Und dann würden wir hier nach rechts direkt da auch dahin gehen. Nein! 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 Da ist mir das Spiel abgeschmiert. Nein! Okay. Guter Zeit, Cut zu machen. Ich werde das Spiel nochmal anders starten. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Zum Glück habe ich hier einigermaßen gespeichert. Also bis dahin hier. Macht's gut. Tschaui.